Ja, hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist Mario Kart 8 ab sofort bei mir auch, wie bei den anderen Let's Playern, so eine Art Infovideo. Mehr oder weniger über News oder halt über meinen Kanal. Ja, ich werde jetzt hier auch nicht alles rausschneiden, sondern halt jetzt nur, wenn jetzt hier gleich kommt, irgendwie schau beim Warten zu oder so. Oder es sieht halt danach aus. Ach nee, cool, super. Brauche ich also nicht zu schneiden, super. So, sowas schneide ich halt jetzt nicht raus. Habe ich keine Lust zu, denn so kann ich schon mal anfangen über ein Thema zu reden. Und zwar, ähm, habe ich ja bei Hyrule Warriors, genau darum geht es nämlich, ich habe nämlich das Projekt Hyrule Warriors angefangen, erzählt, dass ich bei Mario Kart 8, also hier, ähm, meine neuen Projekte aufzählen werde und auch erzählen werde, was ich jetzt hier überhaupt mache. Ja, wenn diese Leute sich jetzt endlich mal entscheiden. Wie heißen die Leute denn hier alle? Warte mal, kann ich hier? Willkommen, etwas Nachsicht bitte. Ich kann mein Bestes, sollen wir losnehmen, lass uns warten, alles klar. Oh, ich bin etwas nervös, ich bin schon mal aufgeregt. Okay, ähm, ja, ähm, das Ganze erzähle ich jetzt, wenn wir gerade mal in-game sind, jetzt so langsam. Dann kommen da auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall schon mal, äh, erstes Thema, ähm, meine, äh, neuen Projekte. Und wie das Ganze jetzt auf meinem Kanal ablaufen wird. Entschuldigung, hab ein bisschen Husten, ich hab versucht, gerade ein bisschen aus dem Mikro rauszugehen. Nun ja. So, ich habe mir übrigens auch einen Controller gekauft für die Wii U. Der Wii U Pro Controller. Zwar nicht von Nintendo, aber von einer anderen Marke, mit Macke, Marke, mit, ähm, LED-Licht und allem. Und der sieht richtig geil aus und der ist auch richtig gut in der Hand. Und, ähm, ja, falls ihr euch jetzt fragt, Ja, du brauchst du keine Mercedes-Auto ausgewählt. Ähm, ja, nee, möchte ich jetzt nicht zu dem Bedeutung, da habe ich jetzt keine Lust zu. So, dann wollen wir doch mal anfangen, über die neuen Themen zu reden. Also, ähm, Projekte sind gestartet momentan bei mir auf dem Kanal. Super Mario 3D World, ähm, Hyrule Warriors und ein neues Projekt wird kommen. The Legend of Zelda The Windbreaker HD. Ja, darauf habe ich sehr viel Bock auf das Projekt. Ähm, und da kommen wir nun auch zum richtigen Thema heute. Und zwar Computerprojekte. Die Computerprojekte müssen dann wohl, wie es aussieht, äh, tatsächlich öfters mal ausfallen. Oder werden dann halt nicht mehr so planmäßig kommen wie immer. Oder, wie schon gesagt, was ich eigentlich vorhatte, ähm, ein Projekt ausfallen zu lassen und das ist Skyrim. Ja, warum Skyrim, äh, ooooh, ich bin so schlecht heute. Komm mal ein bisschen schneller, Alter. Ja, ähm, warum Skyrim, ähm, liegt daran, da ich momentan sehr, 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 wirklich sehr, sehr wenig Lust auf Skyrim habe. Ah, leckt mich doch. Ähm, ähm, und ja, deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt so viel Bock auf Skyrim. Ach, Mann, Alter, ey, es ist unglaublich, unfassbar, ey. Äh, ja, also, wie schon gesagt, so viel Lust auf Skyrim habe ich dann nicht mehr und deswegen wird Skyrim dann auch für diese drei Projekte erstmal ausfallen. Und warum wird Minecraft nicht ausfallen, so voll, ich scha- Ey, komm, fick dich. Mann! Warum wird Minecraft so nicht ausfallen? Ja, das liegt daran, äh, ja, ne, 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 ne. auf meinem kanal angefangen habe und das beibehalten wird allerdings habe ich mir heute überlegt dass die ab dass der upload plan dann jetzt anders gemacht wird und dafür muss ich mir erstmal was überlegen das könnte eventuell etwas dauern deswegen werden die videos jetzt demnächst auch erst mal sehr sehr unplanmäßig laufen deshalb auch dann die meldung das ist halt ungleichmäßig kommt so noch irgendwas ja also die forest und minecraft werden bleiben weil sie forest ist ja sowas ähnliches wie meint und das macht mir wirklich momentan sehr viel spaß ja immer immer mal den todhafen hier die totenhafen ja dann wollen wir doch mal zu den gaming news kommen microsoft und mojang ja wenn man das schon hört dann weiß man glaube ich schon was los ist ich möchte eine sache aufklären microsoft ist keine schlechte firma ich meine ohne microsoft hätten wir keinen computer und ja doch schon mit sicher aber nicht so ein weiterentwickeltes computerbetriebssystem und so weiter und so fort ja gut doch schon also wie schon gesagt ich finde meine sehr gute firma marke und wir geht es ja auch nicht doch einfach am arsch kleinen fetten arsch auf kopf für alle da entschuldigung so weit ja meine brille geht mir gerade auch wieder auf den sack das ist fürchterlich heute da ist fürchterlich nun ja also wie schon gesagt keine schlechte firma ich mag diese firma unheimlich aber gut microsoft wenn man microsoft und spiele hört und spiele entwicklung und spielmacher dann denkt man sich meistens nur so ich weiß nur die passenden zu meinten naja gut wirklich also wie schon gesagt nichts negatives und keine hate kommentare deswegen ja auf jeden fall wurde von microsoft für 2,5 milliarden dollar abgekauft dabei habe ich marcus persi so gelögt ja soll jetzt wie schon gesagt nichts negatives gegen ähm äh ja gegen äh microsoft sein aber äh ich weiß nicht äh ich weiß auch nicht wie das ablaufen wird jetzt ob das irgendwie äh micro oder microcraft heißt microcraft oder ob sie überhaupt noch mojang steht wenn das Spiel startet i don't know oh man das war der größte fehler wie der mann beschissene scheiße hier mann geklappt ja ich bin gerade bisschen emotional bewegt bin grad ein bisschen wütend ähm komm komm ja okay gut 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 ja komm zweiter muss drin sein ähm okay Moment müssen gerade konzentrieren Leute so kumme nun ja auf jeden fall äh da denkt man sich schon so ja gut okay ich gebe ihnen jetzt mal eine Chance wir haben ja schon beim Update gesehen bei der 1.7 äh bei der 1.8 hat sich jetzt nicht unbedingt viel geändert das fand ich schon ein bisschen traurig ja ja aber gut oh geil sogar noch erster geworden super super wie viele Punkte bekomme ich ist hier die Frage wenn die Tabelle mal kommen würde irgendwann mal am Arsch der Welt irgendwie hallo wie viele Punkte okay 17 und bin auch wow auf Platz 1 wow nice nun gut ich glaube das war's soweit aber wir haben ja gerade 9 Minuten aufgenommen und deswegen machen wir jetzt nochmal ein Rennen ähm und zwar die Bowser-Festung hab ich noch irgendwas vergessen ah ja richtig ähm möchtet ihr nach dem neuen Zelda-Projekt ein älteres Zelda-Projekt das heißt also ähm Link to the Past wenn ja schreibt es hier unten in die Videos wenn ihr euch irgendwelche Wii-Projekte oder so von mir wünscht könnt ihr das auch gerne hier unten reinschreiben ähm Lego City Undercover wollte ich jetzt übrigens auch bald irgendwann anfangen und ich muss deswegen gucken wie schon gesagt mit den Computer-Projekten weil mit den Computer-Projekten ah man immer wieder Fehlstarts ja voll der Mimu na also wie schon gesagt mit den Computer-Projekten hab ich auch mal nachgucken äh lebe ich dich die Undercover ey voll kindisch find ich gut alles aber was fickt euch einfach alle ins Knie ganz ehrlich äh äh finde jetzt ne aber ich finde Lego City Undercover ein sehr geiles Spielen ähm sehr viele Anspielungen auch auf Amerika zum Beispiel aufs Alcatraz das Gefängnis und ähm ja doch doch das ist schon sehr leidisch gut aber jetzt mal gucken ob wir hier in der letzten Runde auch nochmal was raushauen können geben auch ach so ähm das kann ich auch mal falls ihr mit dem größten Loop also mit mir äh Mario Kart 8 spielen wollt könnt ihr sie auch gerne hier unten in die Kommentare schreiben dann werde ich oder habe sogar schon eine ähm ähm ein Server machen bzw. halt so eine ähm so ne so ne so was die die doctenario hat und so also sowas hier so online spielgebäumt da habe ich schon fertig könnt ihr mir in die kommentare schreiben dann können wir mal gerne nur in die spiele schreibt mir in die kommentare wie er heißt bei mario kart oder sagt mir einfach so ja dann und dann möchte ich gerne mit ihr spielen dann schreibt es gerne da unten die kommentare wenn wir das machen möchte ich glaube mal mit dem größten hier nicht noch keine spielen deswegen der erste irgendwas ja nicht nur scheiße die gennigsten wie der alter die der karte und dann den redschirm abfallern mein gott der die hupe nicht angewendet aber er wird es bei mir anwenden glaube ich Er wird die bei mir anwenden. Er wird die bei mir anwenden. Ganz schlau gemacht. Ganz schlau gemacht der Kerl. Alter. Oh mein Gott. Er hat jetzt richtig schlau gemacht. Oh mein Gott. Das hat er richtig schlau gemacht. Der Japaner. Oh mein Gott. Ja, ich kann mich jetzt auch nicht nähern. Es sei denn, ich habe Glück und der Umfang reicht jetzt. Yes. Okay. Und Glücksschwinge wieder vorbei. Alles klar. Ja, natürlich. Why not? Why not? Fuck it. Mann. Komm, wir haben. Komm, Leute. 20 Minuten ist bei mir meistens immer so Aufnahmezeit. Deswegen komm, jetzt komm, jetzt hauen wir noch ein Rennen raus hier. Komm, ein Rennen hauen wir noch raus hier. Der Philipp wollte nachher auch mal kommen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht nehme ich ja mit ihm mal den zweiten Part von Hyrule Warriors auf. Oder mache es halt, wie schon gesagt, jetzt alleine nachher wieder. I don't know. I don't know. So. Wario Arena, Mario Shadding, Mario, nehmen wir das. So. Ähm, also wie schon gesagt, machen wir noch eine Runde. Eine Runde hauen wir noch raus, Leute. So, ich hoffe, der Akku reicht noch von dem, äh, Pro Controller. Ähm, ja, kann ich noch mal zu Hyrule Warriors sagen? Ja, es ist ein mega geiles Game. Leute, es ist ein mega geiles Game. Ach so, genau das, genau das möchte ich auch noch mal ansprechen. Manche haben sich fett beschwert über Hyrule Warriors. Äh, Nintendo. Also ich mach das jetzt mal gerade so ein bisschen nach, so. Äh, Nintendo. Wat hast du wieder gemacht? Die wollen ein richtiges Zelda-Spiel. Bla, bla, bla. Darüber haben sie sich alle beschwert. Aber mal im Ernst, Leute. Miyamoto hat doch noch auf der E3 gesagt, es kommt ein neues Zelda raus. Und man kann es sich sogar bei Amazon vorbestellen. Und zwar kommt der Teil meines Erachtens und meines Gehörs und meines Sinnens ähm, am... Heilhörer. Oh, das war auch gut. Ähm. Ja, der Mann, oh... 2015 raus. Ja. Also, habt Geduld. Und außerdem, ich hab als... Ich war eigentlich auch als erstes einer, der so gesagt hat, so... Hyrule Warriors... Mann, äh... Äh... Aber als ich dann gehört hab, dass ich ein Nachfahrer von, äh... Dinos The Warriors, beziehungsweise eine Mischung, hab ich mich tierisch übergetreut. Leute. Ich bin ein sehr großer, äh... oder war mal ein sehr großer Deinos The Warriors Fan mit meinem Bruder zusammen und so. Das war schon mega, 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 mega geil. Oh, oh. Deinos The Warriors ist sowieso so eine supergeile Spielereihe. Und dann hab ich... Und dann hab ich nur noch gehört, so... Deinos The Warriors und Nintendo, ja, mega geil. Ja. Ist doch nice, oder? Finde ich zu machen. So, ich schmeiß jetzt mal hier den Red Shell ab. Na, guck mal, was passiert. Also, irgendwie haben sie es heute mit ihren Tittenfischen, oder? Ja, so ein bisschen so mit Junkers. Ja, ähm... Wie sieht's beim schlechtesten Kanal aus? Momentan schlecht. Äh... Ist aber auch immer so. Höh. Ähm... Ja, der schlechteste Kanal hier... Also, der Philipp und ich, wir möchten momentan wieder, ähm... auf Scheiß-Wie-Dies-Umsteigen. Das heißt also, freitags kommen ja dann immer so tolle Videos, so professionelle, sagen wir mal. Also, für uns ist es dann professionell bei dem Kanal. Aber, ähm... Das kriegen wir auch nicht jeden Freitag hin. Und, ähm... Wir sind auch momentan was am Überlegen. Zwar, ähm... Ein World Trade Center vorzudrehen. Wird schwer. Ähm... Falls ihr jetzt denkt, so, boah, voll scheiße, so. Wie könnt ihr das machen? Voll Laps von euch und so. Ich... Ähm... Hatte jetzt nicht vor, Ähm... Nur weil wir schlechtester Kanal heißen, einen World Trade Center Film schlecht zu machen, beziehungsweise schlecht zu reden, hatte ich nicht vor. Ich hatte einfach nur vor, einen Film darüber zu machen. Ähm... Ja... Das wollen wir vielleicht machen. Müssen wir gucken, wann wir das alles drehen. Ähm... Aber... Gut. Das ist ja... Steht auch noch nicht immer fest. Äh... Und... Ja... Gut, Leute. Ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und... Ähm... Noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas? Ne, haben wir nicht. Gut. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt zugeguckt. Denkt dran, hier ist das Infovideo. Das heißt, ich werde kein externes mehr machen. Dies ist jetzt das Infovideo. Damit ihr Bescheid wisst wegen den Projekten. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.